Wir sind Botschafter aus einem fernnahen Land, bei vielen auch als Himmel bekannt. Von dort wurde uns der Auftrag geschickt, für eine Welt so weit weggerückt vom Schöpfer, vom Vater des Lichts. Von ihm, von seiner Liebe wissen sie nichts. Wir sind mit der einen Botschaft gesandt, sie ist ganz tief in unser Herz gebrannt. Kehrt um und lasst euch versöhnen mit ihm, er will euch zurück nach Hause ziehen. Die Brücke dazu hat er selbst gebaut, für jeden, der auf seinen Sohn vertraut. Als Bürger des Himmels rufen wir aus, der Weg ist frei, kommt doch nach Haus. Folgt Jesus nach, er schenkt neues Leben. Das will er auch dir so gerne jetzt geben.